Es rausziehen und dann nicht angreifen wollen, das sind noch einiges, ey. Ah, wieder so ein kleiner Pups hier. Kleine Pupsstation wieder. Ah, wo so gut wie nichts zu holen ist. Keine Pupsstation. Oh, was du kam? Ah, weill. Egal. 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 Sind 6 oder проход, erzähl ich noch ein 리比ber. Schiff entsendet, Handprinz Aufmerksamkeit Keine Ziele Noch nicht Schiff entspricht Ich höre nur Triebwerke, dann geht sofort der Blick nach oben Ja, ja, das bin ich Und ich nehme auch ein SUV mit Schiff entspricht Schiff entspricht Ach, nicht einsteigen Geräusche hast du gerade einen flieger weggeschickt weil immer wenn ich was rauschen hör dann wenn im gebäude bis und sie kreisen sich ein dann ist echt ein problem ich weiß was die Station hier ist ja noch keiner weiß was denn da an los die wollen irgendwie nicht ne was sollen die scheißegal was sollen die scheißegal was soll denn die scheiße hier die scheißegal ist WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR hast du den siedlungsalarm noch nicht aus der ist nicht im hub der ist im industriegebäude das muss ein johmann Einmal sein. Autorisierungs-Scan kann ich ausmachen, ne? Ja. Dann darf Neid auch überall rein. Die Zugsalarm. Und aus. Dankeschön. Ach, Alter. Hätte ich nicht meine abgeschossen. Nee, also da wird man einfach hektisch. Wenn plötzlich irgendwo die Tür aufgeht oder sowas, da ist man sofort nicht mehr alleine. Hier ist auch kein Knotenpunkt, ne? Was? Daten zum Runterladen? Ja, Daten zum Runterladen sind nur in der Station hier im Labor. Du suchst den? Nee, den habe ich ja schon gefunden. Nur ich gucke, ob hier noch irgendwo ein anderer ist. Manchmal kleben hier noch an der Wand irgendwo welche. Da bin ich ja schon rumgerannt. Habe ich nicht gefunden. Hast du die Probe auch schon rausgefahren? Gibt es die Probe? Er läuft mit Schutzschild durch die Gegend. Was ist das denn? Hast du Angst, wa? Ja, hier ist ein Probenbehälter. Ist ja auch noch was drin. Sowas kann man doch nicht einfach liegen lassen. Aber du kannst sonst schon mal den Strom runterfahren. Obwohl der Probenbehälter braucht noch einen Augenblick. Achso, nee, geht ja nicht. Ich muss ja erst hier weg. Dann kannst du ja den Probenbehälter auch noch holen. Ich mache dann schon mal wieder den Abflug. Und dann kannst du das Ding da rausnehmen. Nicht vorher rausnehmen. Weil wenn du den vorher rausnimmst, bevor ich weggeflogen bin, dann ist das Problem, ich muss ihn wieder reinsetzen, damit die Mission geht. Schiff zurückgeordert. So, wo kommt das Schiff? Schiff hier, wo bist du? Geht her! Handbremse gezogen! Handbremse gezogen. Geht? Highlight. Highlight. Die Schiff durch. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.